Hallihallo ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 1. Im letzten Part haben wir diese riesige scheiß giftige Pflanze besiegt und haben Wesker wieder getroffen. Wir wissen jetzt, dass es ihm gut geht und kehren jetzt ins Herrenhaus zurück, da wir den Helmschlüssel gefunden haben. Wo ich mich gerade frage. Oh, mein Funk. Aber ich frage mich halt gerade, hätten wir die Pflanze überhaupt killen müssen? Hätten wir nicht auch zum Kaminrennen den Schlüssel nehmen und wieder verschwinden können? Ich meine, ohne Nahrung wäre die da eh ähnlich zugrunde gegangen mit der Zeit, ne? Aber egal. Das war mir vorher auch schon klar, Jill, dass es kaputt ist. Oder dass er, ich meine, er hat selber schon gesagt, dass er weiß, dass er dich nicht hören kann. Wieso versuchst du dann trotzdem noch mit ihm... Egal. Ich hab mich gerade von dem Wassergeräusch erschreckt. Hier sind keine Kräuter mehr. Gut, dann geh ich jetzt. Ich hab schon gedacht, scheiße, ich hab die Kurbel vergessen, aber die hab ich ja gar nicht vergessen. Wir brauchen die Kurbel ja noch gar nicht. Ist ja dieses typische hin- und hergerennet dann wirklich, ne? Wie mein Vater ja immer so gerne sagt, typisch Tompi. Aber, ähm, nein. Das gibt's ja auch hier, weil, um den Wasserfall wegzukriegen, müssen wir ja auch nochmal hierhin. Deswegen hat das mit Tompi überhaupt nichts zu tun. Lauf, Jill. Jill, danke. Wenn sie es nicht reagiert hätte und ich deswegen vergiftet worden wäre, wäre ich angepisst gewesen. Zwar nur dezent, aber ich wäre es gewesen. Ach ja. Ich muss gerade wieder daran denken, wie ich das, äh, Spiel komplett mit meinem Freund durchgespielt habe. Und immer, wirklich, jedes Mal, wenn Brad mit mir gesprochen hat, hat er nur dann auch gesagt, ja, hier ist Brot. Wo ich auch gesagt hab, oh man, der heißt halt Brad, deswegen, sag doch nicht immer Brot. Aber an sich hat er ja recht, es klingt halt so. Und ich wechsle schon mal die Waffe, weil ich Bock drauf habe. Die Schrotflinche sieht einfach viel geiler aus. Ähm, ähm, ist der einzige Grund natürlich. Ich hab ein bisschen Schiss, aber ich hab hier gespeichert, von daher scheiß ich. Ich hab ein bisschen Schiss, aber ich hab hier gespeichert, von daher scheiß ich. Alter, ihr braucht ungelogen drei Schuss? Ist ja krass. Jetzt bin ich froh, so viel Muni dabei zu haben. Alter. Ja, chill doch mal. Ach. Ich hätte das Feuerzeug mitnehmen sollen, aber das kann ich mir jetzt eben schnell holen, bin ja hier bei einer Kiste. Weil soweit ich weiß, brauchen wir hier das Feuerzeug, oder? Ich glaub, hier brauchen wir das Feuerzeug jetzt. Darum höre ich die Geräusche von draußen. Ja, hier brauche ich das Feuerzeug. Aber wieso haben wir hier die draußen Geräusche? Wir sind immer noch in einem Zimmerspiel. Das ist dir schon bewusst, oder? Naja, vielleicht hat jemand das Fenster ja offen gelassen, ne? Was weiß denn ich? Ach man, bin ich froh, dass ich das Original wieder spiele von Resi. Wirklich ungelogen, weil, ähm, Ähm, es ist ja auch so... Also, es ist ja auch so, wenn wir halt das, ähm, Remake spielen von Resi. Alter, sieht ja eklig aus. Dann ist es halt so, oh, dass man bestraft wird, wenn man durch mehrere Räume geht. Und gerade mit meiner Orientierung, ich hab sehr viele zusätzliche Zombies gespawnt, die unnötig sind. Ich weiß nicht, ob das für die Hunter hier genauso gilt. Aber das sind auch die, die halt gemeint wurden in dem Tagebuch des Wächters, oder wie der hieß, mit Juppen lecker. Er hat ja gesagt, sie sehen aus wie Gorillas ohne Haut. Damit hatte er diese Hunter hier gemeint. Ich werde im hinteren Raum etwas Munition deponieren. Benutze sie, wenn es Ärger gibt. Barry. Ach, Barry, my best friend. Ich liebe dich. Ernsthaft, ohne Barry wären wir sowas von aufgeschmissen. Oh, lecker Sachen, die der Jill Freude machen. La 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 la. Bitte stapel es direkt. Thank you. Ja, 34, die reichen. Das sollte genug sein. Das nehme ich auch schon mal direkt mit und kann ich dann in die Kiste packen. Denn das Praktische ist ja wirklich, dass die Kisten alle miteinander verbunden sind, auch wenn das gar keinen Sinn macht. Man sieht auch später mal, oder hat man das jetzt hier sogar schon gesehen? Ich bin überfragt. Man sieht auf jeden Fall mal, wie die Kisten in Resident Evil eigentlich nur schwarze Leere in sich haben. Da ist gar kein Boden zu sehen. Also kann man da praktisch endlos drin lagern, rein theoretisch. Und naja. Ist ja cool eigentlich. Wo ist das Feuerzeug geblieben? Wieso wird das hier so seltsam sortiert? Ist ja komisch. Kurbel. Ah, endlich. Hattest du schon gerade Sorge. Wo ist das scheiß Feuerzeug? Okay, raus hier. Die Hunter sind halt sehr viel gefährlicher als die Zombies, weil sie einen nicht nur so kratzen können, wie der eine das vorhin bei mir gemacht hatte. Gleich ist weg, das ist irgendwie ein bisschen beunruhigend. Sondern die können halt so mit einem Sprungangriff angreifen und dann verliert man direkt seinen Kopf. Und das ist natürlich dann nicht so schön. Und ich hatte gerade ganz kurz wieder Sound auf beiden Ohren und habe mich deswegen erschreckt. Was ist da los bei mir? Okay. Wie die Türklinge einfach mal im Dunkeln leuchtet, ne? Da ist ein Schalter. Möchten Sie draufdrücken? Achso, das ist... Achso, ich dachte, das wäre eine Kerze, die ich anzimten muss. Naja, vielleicht war das ja im Remake so. Was haben wir denn hier Schönes? Möchten Sie dies nehmen? Magnum-Geschosse! Miau, ja bitte. Okay, weil ich die Tasche schon wieder voll habe, gehe ich mal wieder zurück. Ich glaube, ich lasse auch mal meine Pistolen-Munition da. Die Pistole selber nehme ich mal mit. Für den Fall der Fälle, dass ich noch Hunden begegne oder ein paar normalen Zombies, die ich dann legen muss. Aber ich brauche definitiv, da ich jetzt meine Schrotti als Hauptwaffe eigentlich mitführe, ne? Ein bisschen mehr Platz. Das ist ja jetzt auch so ein unnötiger Weg eigentlich, ne? Mehr oder weniger. Magnum-Munni! Ist eigentlich immer noch zu voll, die Tasche, ne? Ach, scheiß drauf, ich habe mehr als genügend Munition. Weg mit der Knarre. So, ganz einfach. Obwohl, die 34 Schuss sollten reichen, ne? Ich nehme jetzt nicht noch mehr Munition für die Schrotflinte mit. Ich habe wirklich genug. Ich habe genug. Ich habe ja auch noch so viel Muni für die Bazooka. Also, ich sollte sehr gut mit der Munition auskommen. Aber Inventarplatz mäßig ist echt so ein bisschen mies. Weshalb ich dann so mir leichte Sorgen mache, dass ich den Run mit Chris nicht schaffe. Weil das ja auch allgemein Schwere hat und sowas. Aber, ach, ich weiß nicht. Was soll's? Wieso ist denn das... Wer hat das Licht wieder ausgemacht? Ungelogen, wer hat das Licht ausgemacht? Ah, so, was steht denn hier geschrieben? Das weiß keiner. Ich darf es mir nicht ansehen. Hä, ist hier sonst nichts mehr? Ich kann nur den Mond und den dichten Wald sehen. Keine Sterne. Ernsthaft? Ist hier sonst nichts? Wollte ich schon gerade sagen. Oh. Egel of East, Wolf of West. Flüche, Band 1. Das sieht mir nicht nach einem Fluchbuch aus, sondern eher nach einem Buch über Tiere. Aber ist okay. Warum ist hier ein Blutfleck an der Wand? Ist das Blut? Dazu sagt sie einfach mal nichts. Nichts Ungewöhnliches. Wozu brauche ich denn das Buch der Flüche jetzt hier, ey? Sonst ist hier wirklich nichts. Da ist ein Schalter. Nein. Hä? Nichts Ungewöhnliches, komisch. Ja gut, dann gehe ich halt wieder. Wo soll ich denn ein Buch mit Flüchen jetzt einsetzen, sage ich mal? Sehr seltsam. Gehe ich jetzt oben rum oder nicht? Aber so komme ich nochmal in eine Kiste vorbei, um das Buch abzulegen. Wo muss ich denn überhaupt hin, sage ich mal? Da unten ist noch eine Tür, wo ich nicht rein konnte. Da auch. Und da ist auch der Fahrstuhl, lustigerweise. Und im Obergeschoss? Da gab es reichlich mehr. Ich gehe glaube ich aber mal zuerst nach oben, weil ich das wissen will. Deswegen ist okay. Okay. Nicht, dass ich das Buch da dann direkt brauchen werde, ne? Das wäre echt witzig, aber ich lege es erst mal ab. Weil wirklich, wer weiß, wo wir das brauchen. Also wenn wir es wirklich hier oben brauchen, dann lache ich ja. Aber man weiß es halt nicht sicher, ne? Deswegen wäre ich mit dem Scheiß. Okay, raus hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Klick, klick. Jetzt dürfen wir wieder bewundern, wie wunderschön doch Jill Treppen steigen kann. Nämlich gar nicht. Ich meine, doch, sie kann es zum Glück ja schon, aber naja. Ich schaue die Treppe erst mal ganz lange an. Aber ich glaube, ich traue mich tatsächlich hochzugehen. In Zeitlupe. Na ganz ehrlich, ich steige sehr viel schneller Treppen als Jill. Hallo Hunter. Stirb doch endlich. Ich hatte schon gerade Schiss, dass hier jetzt ein anderer hinter mir ist oder so, weshalb ich nochmal geschossen habe. Vielleicht war das sonst gar nicht nötig. Hilfe. Mach mir nicht so eine Angst, Junge. Mal sehen, ist ja auch jetzt einer drinne. Ne, hier war ja von Anfang an kein Gegner. Ach, das Feuer ist ausgegangen, ne? So was. Helmschlüssel. La 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 la. So, was ist denn hier Schönes drin? Ne? Scheiße, nein. 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 Oh, fuck. Ich gehe wieder. Das mache ich nicht ohne zu speichern. Nein. Und ich sollte mir definitiv mehr Heilung mitnehmen. Auch blaue Kräuter am besten nochmal. Das Risiko gehe ich sonst nicht ein. Vergiss es Spiel. Aber ganz wacker. Ich könnte jetzt auch erstmal was anderes erledigen, bevor ich da jetzt lang gehe, weil... ich wollte es nochmal anmerken. Ach... Obwohl, das ist alles erst ganz dahinten. Vielleicht sollte ich doch zuerst nach unten, da die wenigen Räume erkunden. Ja, wäre, glaube ich, besser. Aber hier komme ich ja zur Haupthalle, richtig? Ich habe jetzt gerade nicht mehr richtig hingeguckt, deswegen... Nein! Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe gegen die Wand geschossen und du stirbst davon? Okay, das ist jetzt lustig gewesen, aber... Dieser Sprungangriff, ey, der hätte mich killen können, aber sowas von... Oh mein Gott! So komme ich auf jeden Fall schnell an die Haupthalle, das wollte ich ja auch. Jetzt habe ich noch gar keine Heilung mehr. Alter Schwede, wie gut, dass hier nur einer ist und nicht irgendwie zwei, weil hier waren ja zwei Zombies im Gang. Die hätten ja auch durchaus dann jetzt zwei Hunter hier reinpacken können. Netterweise haben sie darauf verzichtet. Ach, Jill. Weil... Bin ich jetzt richtig gelaufen? Ja, ich bin jetzt... Ja, doch bin ich. Okay, vor dem eigenen Spiegelbild erschrecken. Check. Eui, 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 eui. Ich weiß schon, wie ich diesen Part nennen werde. Einfach nur Hunter! 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 Mal ganz ehrlich, eigentlich ist es so, wenn man Zombies im Raum leben lässt, dass dann keine Hunter dahin kommen. Und hier kann ich doch eh nicht rein, weil ich dafür einen anderen Schlüssel brauche, oder? Ja, sie haben keinen Schlüssel für diesen Raum. Fuck it! Das war jetzt so unnötig, hier reinzugehen. Scheiße! Nur weil ich jetzt falsche Erinnerungen hatte. Ich hab nur gesehen, okay... Ne, wir haben ja jetzt den letzten Herrenhaus-Schlüssel. Mehr gibt's ja nicht. Und hier ist noch ein zuer Raum. Also wird das wohl der Raum sein. Als ob ich mir das merken würde, dass hier dieser Umkleideraum gewesen ist. Fuck! 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 Ich bin doch auf grün, zumindest. Da hinten kann ich dann direkt hochfahren in den anderen Raum. Okay. Ich hoffe auch, die Tür klemmt nicht, weil sonst muss ich halt den Bossfight zuerst machen. Aber das check ich mal eben noch. Auf jeden Fall ist da ein Hunter, so viel ist sicher. Es ist gerade extrem komisch, wie ich mein Kabel halten müsste, um auf beiden Seiten Sound zu haben. Wenn ich jetzt hier eine Halterung für hätte, wäre das geil. Aber naja, okay. Ist halt so... Ich kann damit ja leben. Sind sie nicht mehr schon links ein neues Headset geholt? Nein! Nein, 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 nein! Sind hier jetzt zwar zwei? Hier sind zwei! Nein! 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 Um Gottes Willen, Jill! Jill! Jill, 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 bitte sei auf! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Scheiße! Scheiße! Ich dachte schon, ich sterbe! Scheiße! Ich bin auf Rot, oder? Ich bin auf Achtung auf jeden Fall. Fuck! Okay, ich hoffe, ich schaffe das jetzt zu überleben. Oder ich renne einfach wieder. Aber dann sterbe ich garantiert. Nein! Nein! Schieß doch! Oh, scheiße, nein, das war... Nein! Nein, das war dumm! Jetzt hat er doch seine volle Energie wieder. Oh, fuck you! Scheiße, ich bin so tot. Ich bin so tot! Warum habe ich das gemacht? Mein erster Tod. Scheiße! Wo habe ich den jetzt zuletzt gespeichert? Scheiße, ich habe schon lange nicht mehr gespeichert, oder? Hat es nicht gespeichert, bevor ich überhaupt ins Herrenhaus zurückgegangen bin? Oh nein, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Scheiße! Scheiße! Oh nein! Oh, ist das ärgerlich! Das ist so ärgerlich und so dumm! Okay, Leute, ich werde den ganzen Spaß mal eben nachspielen und wir sehen uns dann in dem Raum mit dem Bossfight wieder. Wenigstens, ey, ich muss positiv sehen, ich kann Heilung und Munition sparen. Also Munition auf jeden Fall ganz sicher. Weil ich jetzt schon mal weiß, wo ich nicht lang muss. Und ja, den Rest sehen wir halt dann, ne? Bis zum nächsten Part auf jeden Fall, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn ja irgendwie auch, aber das regt mich jetzt gerade einfach nur auf. Also bis dann. Ciao! Fuck.